Baby, Baby, dein ewiges Nein, geht mit mir um den Sack, du Saum. Nimm schon den Lampen und wisch den Tisch an. Baby, Baby, dein ewiges Nein, muss nicht sein. Guten Morgen YouTube, was ist denn heute geplant? Ich gehe jetzt gleich wieder joggen. Und hatte die Idee, meine GoPro HD Hero Action Cam auf meinen Hund zu schnallen. Mein Hund hat ja so ein kleines Gespann. Und da kann man die eigentlich ganz gut befestigen. Bin ich mal gespannt, wie die Aufnahme wird. Ist ja auch mal interessant zu sehen, wie ein Hund die Umgebung wahrnimmt. Und vor allem ist es abgefahren, denke ich, wenn er rennt, wie die Aufnahme dann aussieht. Ich bin gespannt. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass euch meine Dog Cam oder Doggy Cam gefallen wird. Und ihr könnt ja was dazu posten. Und abonniert mich. Ich brauche Klicks, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Baby, Baby, dein ewiges Nein, muss nicht sein. Nimm schon den Lappen, ich habe ihn dir gekauft. Der ist klar, dass deine Lieblingsfarbe klariert. Ich habe gestern Nacht einen Kringel gemacht mit dem Bierglas. Mein F-F-F-F-F-Fernsehgucken. Baby, Baby, dein ewiges Nein, gib mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen, ich habe ihn dir mit Liebe. Baby, Baby, dein ewiges Nein, gib mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen, ich habe ihn dir gekauft. Der ist klar, dass deine Lieblingsfarbe klariert. Ich habe gestern Nacht einen Kringel gemacht mit dem Bierglas.